Hallöchen da draußen und willkommen zurück hier zu Dead Island Riptide. Die Tide der Rippe. So, wir machen mal weiter hier ein bisschen. Oh, da liegen noch ein paar Tote rum, die wir blündern dürfen. Und eine Waffenkiste. Das ist bestimmt nur... What? So ein Scheiß. Ne, brauchen wir nicht. So, was habe ich eigentlich an Waffen dabei noch? Äh, die, 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 die 18 von 18. Also wir könnten ruhig mal ein bisschen was verticken. Weiß nicht, gibt es hier irgendwo einen Händler oder sowas? Hallo? Logan? Ich meine, ich habe irgendwo einen Händler gesehen, wo wir ein bisschen was verkaufen können. Hier ist eine Truhe. Da ist auch nichts. Also wir dürfen mit denen gar nicht interagieren. Die wollen uns von uns gar nichts wissen hier. Da gibt es noch Maschinengewehre. Wie junge, junge. So, jetzt müssen wir erstmal schauen. Dann müssen wir so ein bisschen improvisieren. Darf man bei dir handeln? Ach, wir müssen eine Verteidigung machen. Dann lass mal sehen hier. Ähm, Fähigkeiten. Äh, die, 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 die haben keine Punkte, die Quests. So, sicherer Ort hätten wir hier. Zugang zum Forschungslabor. Tunnel, ne, 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 gehen die alten Tunnel. Waren wir doch alles schon, oder? Haben wir das nicht schon alles gemacht? Ich habe mir eine Belagerung. Also gut, machen wir das. Das Missionsziel wird schon verfolgt. Und wo genau muss ich da jetzt hin? Ah, da hin. Ah, hier gibt es Händler. Hi. Händler, verkaufen. So, was haben wir denn alles Schönes, was wir nicht mehr brauchen? So, das hat alles vom Schaden her, sieht es gar nicht mehr so schlecht aus. Bisschen, was nicht so hohen Schaden macht, wie zum Beispiel das hier. Das Schwert hier, können wir verkaufen. Das brauchen wir nicht mehr unbedingt. So, das sind alles Schießsachen. Ich glaube, die Nagelpistole tun wir auch weg. Die ist eh nicht so. Ich finde die nicht so besonders gut. Die tun wir mal weg. Die Betäubungspistole, ja, die können wir mal noch behalten. Signalpistole, naja. Ist jetzt auch nicht gerade so, der Burner. So. Also, jetzt haben wir doch ein bisschen Platz für neue Waffen. Jetzt müssen wir mal schauen, was hier überhaupt los ist. Was hier überhaupt los ist? Die Waffen sind wirklich laut. Und sie werden alle die Infection in dieser Region vertreten. Ich will hier rauskommen, wie du es machst. Aber wir müssen bereit sein, weil, als diese Dinge beginnen, werden sie nicht stoppen, bis wir entstanden sind oder da sind. Oha. Okay. Aha. Fuckin' ain't right. Ich brauche ein paar Minuten, um das Motor zu starten. Okay, also, versammelt euch. Jetzt müssen wir hier zumachen. Das Ganze hier etwas... Oh, nein, nicht wegwerfen. Zumachen müssen wir. Oh, Mann. Lol. Wie immer halt, ne? So, einmal hier. Da ist schön Strom drauf. Dann haben wir hier noch ein paar Zäunchen. Knallen wir auch noch hin. So. Ähm, da hinten noch. Machen wir auch noch zu hier. Hey, du hast zu früh angemacht, du Trottel. Oh, mein Gott. Was für ein Arschloch. Jetzt kommen sie nämlich schon. Oh je, Stärke der Horde. Ach du, meine Fresse. So, auf jeden Fall haben wir hier mal zugemacht. Da gibt's noch ein bisschen was zum Rausholen hier. Sprengmine. Wo sind sie denn, die Sprengmine? Betäubungsbombe. Sprengmine. Hier. Die holen wir uns mal hier rein. Mann, darf guck der weg. Dann werden wir ein paar Sprengmine verteilen. So, einmal. Zweimal. Ich glaube, wie die dann da drüber laufen. Wo sie die Luft, ne? So, helfen wir mal hier. Ah, hey, 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 hey. What the fuck? Holy crap, ist... What is this? Oh, das ist so ein... ...großes Spiel hier, so ein... ...das wird gewesen, das ist ja komische Scheiße auf mich, ne? Oh, baby. Sehr. Eine Sprengmine für euch und ich glaube, ich bin tot. Scheiße, es war zu nah. Also ich sprengen sie so ein bisschen vielleicht weiter weg, die probieren. Das ist nicht so gut. Scheiße. Okay, aber wir sind wieder im Spiel und dürfen weitermachen. Aber ich werde mal kurz hier, ähm... ...Fackel, nein, Brandgranate... ...ein paar Granaten vielleicht schon, ähm... ...Pulschall, Wurfmesser, Sprengmine... ...Bertäubungsbomben. Die sind vielleicht bei dem... ...grad bei dem Großen, da hängen sie mich noch nicht mal so schlecht. Ich glaube, er ist gefällt, oder? Oh mein Gott, er wird mit irgendeinem... ...dank die Scheiße auf mich, der... ...der reißt sich, dass er so gut aus Verbrechser... Ich bin nicht beeindruckt, mein Freund. Überhaupt nicht. Die haben sich noch nur Crap. Das ist nicht gut. Wir müssen hier neuen Zaun rein. Ich bin hier linker in die Zaun. So, wieder ein bisschen zu machen. Dass wir jetzt mal ein bisschen Luft kriegen. Hey, 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 hey. Mut, die Ruhe. Oh, geht, das ist ein bisschen hoch. So, haben wir noch einen Zaun? Ja. So. Okay, woher kommen sie? Da hinten, oder was? Nee, hier ist keiner. Okay. Oben ist noch einer. Hey, Leute, helft mir doch mal. Hier ist aber auch alles offen. Das ist doch scheiße, oder? Ist das ein Schläger? Nee. Okay. Hier ist alles zu, soweit, oder? Ja. Okay. Nächste Welle abwarten. Ach, da liegt noch einer. Okay, und weiter geht's. Ich glaube, da oben war noch irgendwo so, so Gewehre. Guck mal hier. Wo kommen wir denn die festmachen? Ah, da vorne. Okay. Hör, wie süß, auf einmal sind wir. Warum ist das so Nebel jetzt? Okay. Okay. Okay, lass dir mich rankommen. Aber nicht zu nah. Da hinten sind keine, nein. Da hinten sind bis jetzt noch keine. So. Na, kommt schon. Brauchen ziemlich lang, bis sie da sind, oder? Scheiße. So. Ja, komm, wir machen es fertig, oder? Die sind da unten am Zaun, glaube ich, ne? So, davon ist auch noch eine. Okay, sie haben es durchbrochen. Wir warten mal, bis sie hier vielleicht in Sichtweite sind. Aha, guck mal, da ist schon einer. Oh, oh. Komm, halt ihn auf. Jawohl, er hat ihn. Abgefangen hier. Ja, Mann, ey. Alles muss ich selber machen. So. Okay, da kommen wieder welche. Oh, das ist großer, ne? Ja. So. Okay, sie halten sich gut, wa? Okay, warte mal, ich muss mal kurz hier bisschen nachholfen. Wir brauchen hier alle viel zu lang, bis sie die glattgemacht haben, hier. Ah, sind da Infizierte. Ich geh mal nach unten, helft da ein bisschen mit. So, nicht, dass mir hier noch in Nöte kommen. Oh. Ich hab keine Ausgabe mehr. So, jetzt aber. Hauen wir sie weg. Oh, hinter mir. Verflügt. So. Fuck. What is this? Das könnte mich so wegschlagen, ey. So, uns sind noch welche. Die hat noch ein bisschen Probleme hier. Na. Ja, ist klar, ne? Okay, wir müssen das kurz heilen. So. Okay. Irgendwie so ein paar Sachen für uns. Haha, Geld. Geld ist gut, ich mag Geld. Oder haben sie das Tor durchbauen? Dann machen wir noch ein bisschen Neues hin. Wo lebt denn noch was? Ach, da hinten. Wo ist der? Ach, da oben. Okay. Oh, ne. Okay, passt. Waffe, kiste. Was? fachwander herr wo sind die betäubungsgranate jetzt alle totschlagen wir sollten es nicht schlecht da fliegen sie alle um aber vielleicht sollte es ein bisschen auch fehlen da kommen die schwer an die ganzen Sachen ich weiß ja nicht was für heftige Viecher hier noch kommen in dem Spiel wenn ich vielleicht vorhin ein paar Granaten übrig haben zum Beispiel für Bosse und so außen sind sie immun meistens sind sie immun so scheiße jaja das dead island das ist so ne sache nicht jedermanns ding haha das ist nur was für echte männer oh what the fuck was sag ich da ach du meine gute was heißt die für echte männer das ist ja total gestützt also karate futzig der war wohl ordentlich geld dabei 2 so da fliegen noch ein paar zombies halbtot rum ah geld ich mag geld ich habe erst 9.000 verloren durch meinen letzten tod 1 hit sind die noch mehr oder was ähm wo sind die sind die über mir auf dem dach jetzt hör aber auf und wohin rennen die oder wo kommen die ähm hallo moment ich mach mal kurz hier raus vielleicht kann ich sie irgendwie abknallen ah ne jetzt kommen sie äh nicht wegwerfen ich werf sie mal weg so ok die müssten sie alle unten sein oder so ok alle tot was ist das ähm was zum hänker war das nein das ist nicht gut da kommt jetzt vielleicht irgendwas großes hässliches ok das läuft ganz langsam auf uns zu ne kommt gar nicht was ist los ah jetzt kommen sie ok ah ah ich bin wieder in eine raserei gekommen oder was war das ähm was ist jetzt los irgendwas stimmt dem Kerle nicht wo ist das kranke Viech wo ist das irgendwo kommt noch ein riesiges ey was ist denn das so ah das ist das Viech hier wo mich wahrscheinlich irgendjemand einflisst ich höre dir mal ich höre dir mal ok was hat es dabei oh sind das zwei solche sie können irgendwie Gedanken Manipulation Tele Importation oder was war das irgendwas stellen sie an mit unseren Gedanken so was habe ich jetzt genommen Fleisch so Quest abgeschlossen Terminal Belagerung ach du meine Fresse das war eine heftige Quest ich glaube jetzt brauche ich erstmal eine Pause Junge 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 ich habe was für dich Nahrungsmittelkonserven ein bisschen EP und sowieso kann ich jetzt kann ich jetzt hier ach ach das ist noch nicht ganz fertig hier da geht es auf die Fähre und zwei Küsten ok ich habe gedacht ich kann noch kurz ein bisschen was verkaufen oder so aber ja die wollen unbedingt dass wir auf die Fähre kommen dann machen wir das auch ne wir sind ja hier keine Querulanten oder so 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 wir sind auf jeden Fall auf der neuen Insel angekommen und ich würde sagen ich verabschiede mich heute bei euch und wir sind jetzt im Kapitel 8 und ich glaube ich bekomme noch was und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder und ihr seht schon da kommen viele viele Monster bis dann tschüss